Wir sind jetzt auf dem Weg zum Böck. Der wird in Zürich einmal im Jahr verbrannt. Und genau an diesem Ort hat mal eine Person vor ein paar Wochen Ich bin der Führer gesagt. Also man sieht hier, ich gehe mal mit der Kamera und fließe an. Man sieht hier ganz viele Leute. Und die stehen da einfach nur so rum. Also gut, ich laufe hier und merke, dass ich nichts am Aufnehmen bin. Und das habe ich euch verarscht. Ciao. Da kam gerade jemand, den ich kannte und dem habe ich Ciao gesagt. Und der hat mir nicht Ciao gesagt. Da alles Handrotter so. Jo, nein, ich habe einen Namen erwähnt im YouTube. Oh, jetzt werde ich jetzt wieder, jetzt werde ich gepeinigt. Ah, in Dosenbach. Das nennt man in Deutschland, heißt Dosenbach Deichmann. Obwohl ich gar nicht in Deutschland lebe, kann ich trotzdem hervorragend Deutsch sprechen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist total lustig, nicht? Ein kleiner Junge. Jetzt schaut euch mal diese Leute an. Fast zu NoLife wie wir. Hallo, du bist gerade ein Scheiße gestanden. Oh, hört euch das Brum-Solo an. Und hier sehen Sie den ex Pink Floyd. Alles David Gilmour. Alles. Schuss. Ja, ich darf auch mal. inici hide. Bläh, bläh. No, da bin ich. Alles, ich darf dich hervorragend. Das ist, würde ich auch mal wirklich, was erinnert. Da bin ich, was ich nicht. Ich bin, was ich. Voll, aber es war mir. Ich habe mir jetzt bereit. Ich bin, was ich ein Ateicky. Wir haben ein bisschen die Polizei provoziert, um gute Aufnahmen zu bekommen vom Pölk. Und das hat sich letztendlich auch gelohnt. Wir haben sehr gute Aufnahmen vom Pölk bekommen und hatten viel Spaß beim Polizeiprovozieren und müssen keine Bußen zahlen. Ja, cool nicht? Und wir suchen jetzt gerade etwas zum Abendessen. Ich weiß nicht, aber vielleicht gehen wir Möbelpfister und suchen dort etwas zum Abendessen. Da ist der Typ von Monopoly! Der Typ von Monopoly! Wir essen jetzt gerade Shushi im Shushi-Restaurant, im Shushi-Kalilili, im Niederthalpstraße Shushi-Ecke 1 und Wolfswinkel-Shushi-Straße 1. Dort sind wir jetzt gerade am Shushi-Essen und wir haben viel Spaß bei der Shushi-Zugereitung, auch wenn seit einer Woche kein Flugzeug mit Fischi in die Schweiz gegangen ist, wollen wir mit Shushi-Restaurant-Fisch essen. Also wir warten jetzt hier auf unser Sushi, das wir mit YouTube-Geld finanzieren. Ja. Schau die Schwuletten an! So Schwuletten! Also wir essen jetzt hier Sushi und wir werden hoffentlich mega viel Freude haben, weil wir haben das durch unser YouTube-Geld erworben. Hier ist der Sturmi! Haben wir den Bauch nicht mehr? Oh! Wir haben nur drei Lava-Chip-Chokolade bestellt und haben dafür vier bekommen. Es ist unglaublich! Wir haben vier bekommen! Vier! Was? Was ist denn du? Pass um, wirst du weisst du, wenn wir das haben? No, nein! Schau! No, ne! Ja, strah! Und ich nehme mich, dass ich mich habe aus dem Brot. Sprich! Entspann! Vielleicht habe ich eine bessere Tehnung an. Nein, nein, nein! Wir fahren mit ihm! Mann! Wittem! Mann! 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 Ich filme Ciro! Ja, okay! Hey, da nein! Da nein, Lukas! Manu, helf auch schon, da! Das ist ein Dämmisches!